Oh Mir fehlen noch 400 Ich hab einen Punkt, ey! Na toll! Manche nochmal den zoomen Er legt sich denn da genau vor mich Amstreaker, wie manche nochmal den scheiß zoomen? Besser! Die Entferntaste auf dem Nummernblock Also die Taste zwischen der Null Und Enter Und dann kannst du mit Minus Geht hier nicht Halt einfach die rechte Maustaste gedrückt Meinst du den zu? Wir kommen direkt von unten Wer liegt denn da genau vor der Tür? Ich? Also nicht da genau vor der Tür, aber hier an der Wand Ja an der Wand Was so ne Strategie, einfach so auslegen Ich lieg unterm Fenster bei der Tür Ist tatsächlich so, weil wenn die Opfer Weniger hier drin haben Also die rote Seite weniger Leute hier drin haben So kommen wir die Punkte Boah, wenn der Haus explodiert Der wird auf jeden Fall jemand sehr glücklich werden Ja gut, okay Jetzt ist es ein bisschen tricky wie jetzt halt Es ist immer so unentschieden zwischen den beiden Es ist immer unentschieden Die brauchen ein paar weniger Männer da drin Ich komme zu dir mal nach sich hält Aber Okay Jetzt fehlen wir nur noch 300 Auf Update Mir auch Mir fehlen auch 300 Jetzt ist es wieder unentschieden Hat einer von euch den Feuermodus gewechselt? Nein Negativ Okay Macht euch bereit Ich wechsle Feuermodus Ich wechsle Feuermodus Ja, doch nicht so auch Alter Mach doch die Tür zu Enten da nicht immer mit dem Falltürm Noch eine Tür kommt Auf drüber Jawoll Jetzt haben die einen Punkt bekommen Jetzt sind wir wieder Alter, von denen müsste eigentlich mal einer weggesnackt werden Ich dachte, wenn einer hier reinkommt, der ist sicherlich tot, ey Auf jeden Fall Auf jeden Fall 100%ig Aber eine Granate und, ja Ja, außer es gibt eine Granate Oder das Wenn das Haus zusammenfällt, sind wir tot Oder wenn wir eine Granate bekommen Beziehungsweise, die oben können noch überleben Ja, ja, klar Und dann beleben wir euch alle wieder Ja, ich bin ja Medic eigentlich Ich wär's sofort eine Granate runter, ne? Eigentlich müsse ich ja als Medic oben sein, dass ich sofort verletzt werde Wie wär's eigentlich mit einem Kamrikatzangriff oder mit einem Raketenmeerfall hier im Haus schießt, das sterben alle Ja, alle Boah, das leckt gerade richtig bei mir Der Typ ist vorm Haus und schießt da rum, seht ihr diesen blauen Fleck? Ja Ja Ey, Posh, warum ist der eigentlich aufm Arsch? Bin er? Okay, jetzt reicht's überhaupt der Ist der aufm Arsch? Weil ich hier so besser ausm Fenster schauen kann Wenn ich aufm Arsch sitze Okay So Boah, wie das aussieht, weil er neigt mir schon aus, nach frischer Aschdunkel Das sieht einfach gar nichts Geh, geht das ganz schnell Ja, wenn die ganz frische Aschdunkel beginnen, dann sieht man erst was Jet, Jet, you want's rüber Jet, oh ja Unser Helikopter, der da Leute abwirft Nein, war nicht unser Jet Aber der Helikopter, der da Leute abwirft Aber der Helikopter, der vor der Jet, rass einmal, einmal hier rüber und wirf ein paar Bomben ab, fertig Das sind keine Bomben, aber soweit ich weiß, richtige Die haben Bomben aber nicht viele Ja, drei Stück, glaub ich Ja, aber wenn eine Bombe richtig trifft, dann haben wir trotzdem verloren Richtig, dann sind wir trotzdem am Hintern Wir sind mitten am Rand Alter, wir fühlen jetzt schon Ne Mohawk fliegt ja Hä, wir fühlen noch gar nicht, wir haben gerade mal zwei Punkte Ja, ne Oh, das ist ein Jet Ja, ne, ich hab da drüber geguckt Jetzt haben wir drei Punkte Jetzt haben wir drei Punkte Jetzt haben wir drei Punkte Es ist ein Jet von uns unterwegs gegen ne Mohawk Und die Mohawk ist genau Gleich level ab Ich auch Ich bin mehr Kevin Ich bin mehr Kevin Ich bin mehr Kevin Ach, welche Leute bist du denn jetzt eigentlich? 8, gleich 9 Ich bin eins Sehr nice Leute, draußen ist Prinz Markus von Anhalt Hallo Markus von Anhalt Hallo Markus von Anhalt Nein Prinz Markus Wenn ihr mal auf die Map kommt Wow Wenn wir verteilt sind Wenn wir verteilt sind Das war Blitz Da kommt ein Jet Oh nein Ich verteilt Der Jet ist Level ab Jawohl 400 Geht Zeit 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 Mit den XP Du bekommst aber auch nur jedes Mal 100 XP Also ne, das ändert sich nicht